Baaah Hahahaha Oh man ey, scheiße Ist das behindert Nix da du Ninja Einfach runterher Er will essen spielen Tolle Stelle Es, diese Teile sind scheiße Letztes Leben man, oh mein Gott Es gibt da keines ab Ha Hahahaha Eigentlich können wir ja voll die billigen Cheater sein Und immer, wenn wir runterfallen Start und Select drücken Nee, das kannst du erst mal, wenn du das Level schon mal geschafft hast Ja? Achso Naja, aber wegen Geheimausgänge zum Beispiel Können wir nicht weg Jo Junge ey, mit deinem Leben ey Es gibt dir ja keinem, ne? No risk, no fun Das ist mein Mut Gibt dir kein Leben? Nein Braucht dein Leben nicht, Mann Okay, das merkst du Guck mal da Diese Münze Die wird mich retten So, jetzt mussten noch Elfmünzen sammeln Hahahaha Das wird spannend Alter Ey, ich glaube das sind genau Elfmünzen Hahahaha Scheiße Die haben wir noch nicht Hahahaha 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 GAME OVER Oh yeah Hahahaha Hahahaha Die müssen hast du aber noch behalten, ne? Komm Ey! Ich wollte nur ein Leben geben. Ja. Hast du doch. Ja, drei. Ja, dreimal ein Leben. Ja, ja, ja. Komm, ey. Ich klaute mir ja nur die Leben, weil er keinen Skill hat, ey. Siehste? Ja, genau. Ey, scheiße. Ich klaute mir erst hier die Leben, ey. Merk es mir, merk es mir. Oh Gott. Und hatte sogar noch mehr Leben, als es ist, deswegen. Weil er jetzt zwei Münzen einsammelt. Ja, war doch nis, ey. Weil er irgendwie stehen bleibt. Ich hab grad irgendwie gepennt. Ich merke es mal, ey. Guckst du also. Könnten wir die zwei Münzen holen? Leben holen, oder? Ach, die können wir mal näher. Scheiße. Ich weiß auch nicht, was ich grad mache. So, was. So, jetzt einfach mal hier. Safety first. Safety first. Das war einfach nur witzig, Mann. Ich hab nur Spaß. Du bleibst doch stehen, ey. Schade. Da rutscht, ey. Da rutscht der Penner. Hier rutscht. So, okay. Alles klar. Da rutscht. Okay. Junge. Wird ich verfolgt! Scheiße. Oh, jetzt musst du es auch schaffen. Nein! Die müssen jetzt mal weg. Okay. Die müssen jetzt mal weg. Wir müssen mal einen Geheimgang finden, ey. Wir brauchen mal einen Switch. Ich glaub irgendwie, dass man die anderen nur findet, wenn man den ersten Switch hat, oder so. Ey. Aber was soll der denn sein? Voll tricky. Ey, könnt mir was anderes vorstellen, was da oben sein könnte, bei diesem... Äh, scrolling-Level. Obwohl, ne, das geht ja auch nicht. Ich hab irgendwas mit dem Schlüssel gedacht, wo das Switch ist. Dass ein Schlüssel rauskommt. Geht aber auch nicht so richtig. Hä? Hm. Power-up? Ja, super. Hm. Komisches Level-Design. Kommt mir irgendwie so ein bisschen bekannt vor. Schwimmelt einfach unterirdisch aus. Zack. Danke. Wie er kierig wird. Die kannst du abballern. Ja, okay. Kommt. Mehr Glück als Verstand, ey. Alter. Kannst drauf. Was ist das denn für Viecher? Einfach drauf, oder? Ja. Flugangriff! Oh Gott, bei solchen Plattformen sterb ich immer. Okay. Ninja springen in den Tod. Aber das ist hier der echte Ninja. Ja. Einfach die Ninja, ey. Das ist der Sensei. Die Ninja-Hex, ey. Geil. Oh, cool. Geil. 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 Du Sack, ey. Ja, los. Nimm den Pilz. Okay. Hab schon mal ein Power-Up-Gleis. Wirst jetzt eh sterben. Cool. Was soll der Level dann wieder beenden? Diese Motivation, die du mir gibst, ey. Das... Das macht mich stark. Okay, Gott. Jetzt kann ich weiterfahren. War mir so klar. Mit so ner Motivation in den Rücken. Ah, Mann. Die billigsten Gegner, da krepier ich immer, ey. Aufuldigen! So. Das ist ein Sack, ey. Hahaha. Das ist ein Sack, ey. Schade. Okay, so. Safety first. Ganz vorsichtig hier. So. Okay. Baaaaaahh wie der wegfliegt. Ah, wie er wegfliegt. Schade. Schade. Mhm. Mhm. Er ist heute hier der Geheimnis. Bist du da nicht hoch? Bist du da nicht hoch? Ach ist da aber nur eine Münze? Scheiße, Scheiße. Wie cool. Ich dachte hier wäre vielleicht der Geheimausgang. So ein schwieriger Weg halt. Na gut, Panzer. Meine Level dauern immer Impfen länger, wenn ich spiele. Hab das Gefühl. Was warst du da? Ja, ich rutsche immer weg. Hm. Enter Westing. Ninja, ey! Du Sack! Du Sack! Kommst du da angekrochen, wenn ich rutsche? Kriegt er dir einfach in deine Hintern, ey. Zack! Da oben ist was. Da oben musst du hin. Ey, da kann ich nicht hin. Spawnt der Cooper nicht, wenn du weit genug weg bist? Warte mal. Wenn der abfeuert, dann draufjumpen. Was machst du? Geheimnisse bis zum geht nicht mehr, ey. Warte mal. Wie Geheimnisse? Ja, da oben schon wieder. Da war so ne Lücke. Da hätte man mitten... Warte mal. Okay, aufpassen. Leben bekommen, weil jetzt habt ihr Reises Münzen gesammelt? Hm. Siehste, Münzen lohnt sich's hier. Ah! Wusste ich's doch, ey. Voll offensichtlich, man. So'n fetter Pilz seine Ecke. Ah, ja. Bin ich gut, ey. Und so bescheiden der Herr. Ja. Verdammt nochmal. Boah. Die Welt könnte vor mir zittern, ey. Puh. Ist das gut, ist so sein, ey. Oh Gott. So, vielleicht schaff ich ja auch mal wieder ein Level. Ach, ich darf von neu anfangen, weil du meinen Mittelpunkt genommen hast. Jetzt wird er klein, ist der Bastard. Aber doch, wir müssen da oben hin, irgendwie. Ja, wieso bist du da nicht hingegangen? Ja, weil ich klein war. Und wie soll's da hin? Ich glaube, wenn ich da hinspringe, wenn er's schaffen würde, würdest du eher an den Typen sterben. Muss ein Safety First machen, ey. So gierig werden. Deshalb mach ich das hier mit kaum Leben und bin auch klein. Weil du gierig bist. Außerdem, wenn du dann Power-Up hast, dann ist das kein Ding. Muss halt nur überleben, jetzt. Ist das wieder da? Warte mal. Na! Was für Dreckdorff? Na, so geht das, Mann. So geht das. Oh mein Gott, ey. Ja, hol doch nochmal. Ja, und dann? Ja, dann hast du zwei Firebloom. Ja, okay, der Jelko, äh, hat grad wieder Besuch. Ähm, okay. Findet ihr das bei gut? Das hab ich schon mal gefragt, ne? Ähm, nee, ähm. Ja, dann. Wollt ihr noch gerne weitere Hacks von uns sehen? Also, findet ihr das langweilig, oder? Findet ihr das unterhaltsam, das mit den Hacks, ne? Und wollt dann so mehrere sehen? Könnt ihr bitte in den Kommentar schreiben? Würde mich sehr freuen. Ja, der Jelko ist weiterhin stumm. Ähm, okay. Was habt ihr noch so? Was willst du meinen Zuschauern hier erzählen? Was sollen dir die Kommentare schreiben? Nix. Nix. Nix? Nix. Das sollst du hier nix erfahren. Das war besser für dich, Mann. Das Nix ist... Aber wenn du hier weg bist, dann entertainst die voll. Na, Spaß. Siehst du, jetzt hat sich die Blume gelohnt. Nix. Scheiss Koopa, Mann. Na gut, was kriegt ihr dann neben? Geil, Mann. Das ist was das, ey. Du Sack. Das sind halt scheiss Dinger. Na, da ist der Rest. Da ist der Rest. Das ist ne blöde Stelle. Oh, Gott. Die ist noch ein wenig zu verachten, die Stelle. Na. Na. Das war aber schon knapp. Knapper als in anderen Mappen. Das ist übelst fies, ey. Scheiss Ninja. Wollte er jetzt wegtreten, der Junge. Mit seinen Stummelbeinen, ey. Will er mich da natzen. Oh, da kommt ein Ninja. Okay. Gut. Jetzt bekommst du ihren Power ab, ne? Ey, jetzt hat er wieder da rumfuchtelt. Warte einfach, warte einfach, warte einfach. Wir müssen schon killen. Scheiße, Mann. Was machst du denn, ey? Ey, das ist voll gefährlich hier. Ey, ich komm da nicht weg. Junge, ey. Hehehe. Okay. Was denn? Ja, sorry, aber Koopa sind die heftigsten Bosse hier. Hatschi ist mir dein Schild genutzt, ey. Wie geht das denn? Wie geht das denn? Ich hab doch nen verfickten Koopa vor mir, ey. Komm, lass mal den Meister ran. Ja, nimm's wieder mal im Mittelpunkt, ey. Oh mein Gott. Ja, willst du? Dann mach's auch Select-Taste, ey. Willst du? Ja, klar will ich. Okay. Du willst das Level, also komm ich jetzt drum, ey. Ich kümmere mich schon um ein Level. Siehst du, jetzt bin ich hier voll an nem guten Platz. Wenn du Game Over gehst, ey. Kommt das zu dir, wo er so bei mir ein bisschen mal angeguckt hat immer. Ey, weh, du schiebst doch wieder an den Mancha, oder? Verlierst den Power ab. Gesundheit. Dankeschön, Entschuldigung. Es tut mir leid, ich konnte die Meister das nicht so schnell finden. Was denn mit dem Wichser? Mann. Nimm ja. Arschloch. Oh Gott, ey, das sind so fiese... Plattformen, Mann.